das liebliche geknatter der bremse somo wieder beim wälzangeln gerne schön rein mit den dingern aber ich glaube so ganz riesig ist der brocken nicht hier der gerade reingeschossen ist aber es ist der erste der so ein bisschen stress macht also komm ran hier du lümmel keine ahnung wie groß ist bisher nicht nur kleinkram an der letzten nacht war ich hier im hauptstrom unterwegs habe auch ein bisschen rumprobiert und heute noch mal schön hier auf welt an der achthuber an der großen störkurve gucken wir mal da ist er schon da kommt da so langsam raus aus dem dunkel der nacht sehr nice und er hat überhaupt kein bock und wie er keinen bock hat egal nehmen wir trotzdem mit auch wenn er keinen bock hat er kann sich nicht wirklich dagegen wehren man sieht sich gerade an den kopf schlägen links rechts links rechts versucht immer abzuhauen aber die bremse hält und dementsprechend geht er nicht mal richtig in die bremse rein gucken wir mal mitte 20 30 kilo maybe 22 ja ein kleiner ein fein also gar nicht so ganz riesig jetzt müssen wir mal eben gucken da wollen wir hinwerfen wo dieser eine pümpel diese eine grasnüpsi ist da geht es hin so zack reicht das knapp 40 50 meter und dann locker hier wieder durch ja normal wollte ich ja hier schön noch mal hin mit dem großen welt set up also mit der großen konventional aber da hätte ich mich ja dann auch mit dem boot wieder hinstellen müssen und dann stehst du da die ganze zeit mit dem boot und eigentlich muss ich ja sagen das welt angeln vom land aus die ist schon sehr angenehm es kann schon sehr angenehm sein der der große knackpunkt hier ist es überhaupt richtig in den schick reinzukommen denn wir haben hier sämtliche schlechten voraussetzungen die man sich auch nur ausdenken kann also komplett keine gute idee um hier in die schick führung zu kommen zum einen ist es die strömung zum anderen sind es gewässerkanten die genauso verlaufen wie wir es überhaupt nicht brauchen also normalerweise müsste man sich hier an der stelle tatsächlich mit dem boot hinstellen ich hatte das jetzt die tage auch gesehen beim black pace der hier schön an der stelle mit dem boot gestanden ich meine hier so in der area und dann hier rein geworfen ich glaube das ist auch eine ganz smarte idee hier einfach sich mit dem boot hinzustellen gerade wenn man auch nicht so weit auswerfen kann jetzt habe ich natürlich gerade hier mit dem land setup gerade das glück ich teste diese woche mal die tourion und das bedeutet auch zum wochenende hin gibt es noch mal ein review video also nochmal ein großes und ganzes tourion video was das teil denn so kann tourion 30.000 ich bin sehr gespannt im vergleich natürlich wieder als erstes glaube ich zur goliath und als zweites im vergleich zur venga beziehungsweise ich glaube zur venga muss man es nicht wirklich vergleichen den vergleich zur venga also 30.000 rolle im vergleich zur venga goliath zur venga das video verlinke ich noch mal wenn du dir da noch nicht sicher bist da einfach mal rein gucken was als erstes kaufen was braucht man wirklich wofür sind solche rollen hier solche 30.000 eigentlich gedacht auch beim meeresangeln also das ist alles schon erklärt im vorherigen video goliath versus venga venga versus goliath da wie gesagt wie gesagt einfach mal reinschauen und jetzt hier mit der goliath muss ich natürlich rumprobieren ob das hier auch auf welts gut funktioniert es ist natürlich ein bisschen bisschen tricky das ganze also situation ist halt wie folgt wir werfen bis hierhin aus und schicken nur dieses kurze stück dadurch dass das ja hier wahrscheinlich irgendwie rund ist ab einem gewissen punkt fallen wir hier schon aus dem jick wieder raus super unangenehme geschichte wie gesagt normalerweise wäre es hier lang zu schicken deutlich leichter und angenehmer aber ich wollte es erst mal testen ob das noch machbar ist kommt man weit genug raus und ja man kommt fantastisch weit raus also hier kann man richtig schön weit auswerfen das bedeutet ich brauche auch jetzt gerade hier nicht mein großes konventionals setup ich habe ja die gleiche route mir noch mal geholt als baitcast variante da ist er doch noch ein schöner brocken baitcast variante und dann wieder konventionell so jetzt gucken wir mal und ob das jetzt hier ob das dann hier mit dem großen konventionell leichter ist ist halt die frage weil man muss eben auch auswerfen können nachteil jetzt zusätzlich hier ist ich weiß natürlich nicht wie viel getriebe kraft diese rolle hat bedeutet also bisschen risiko aber ich gehe einfach mal davon aus dass wir hier nicht fett fingern und dass hier nichts kaputt geht von daher pull ich das ding jetzt hier gerade einfach mal auf entspannt einfach nur bisschen halten kommen als kurbel trotz allem das ist schon mal nice also unter last unter druck wird hier gerade gekurbelt ich bin es trotzdem hier auch von 29 die zieht mit power einfach gerade kontinuierlich ein wenn man sich das jetzt überlegt man hat vielleicht am mehr einen großen heilboot mit 50 kilo oder sowas dann wäre das doch bestimmt vergleichbar jetzt machen wir mal zu gucken wir mal bis wie weit er da rein geht in die bremse oder ob er das überhaupt richtig macht ich glaube er schafft das schon mal nicht das heißt jetzt geht es hier komplett übers getriebe wir gucken uns gleich das setup auch noch mal ganz im detail an wie das alles aussieht also wenn das hier eine gute möglichkeit ist vernünftige größen an welse auch zu fangen dann muss ich sagen ja woltzki geiles gerät dann wäre schon top mein mit der mit der goliath hatte ich das auch schon probiert da gibt es ja auch ein video schon zu zum welsangeln auch mit der goliath auch vom land aus fand ich auch schon gar nicht verkehrt kann man auch wirklich gut machen das hier ist der riesen vorteil an diesem großen 30er rollen sobald man jetzt hier so ein bisschen spannungsverlust hat dieses schnelle einkurbeln was die dann eben hinkriegen also man macht dann halt richtig meter das heißt man kann dann eben ordentlich raus ziehen was man jetzt natürlich auch machen könnte gerade hier an der stelle und ausgeschlitzt übertrieben schade ich hätte gern gewusst ich hätte gern gewusst was es ist ich hätte gern das gewicht gewusst ach schade nicht schlimm um den fisch aber um die info die info darauf kommt es mir doch an ich will es doch nur wissen was es ist so nächster versuch wir lassen es mal so ein bisschen lockerer hier wieder bremse ist offen noch mal ein bisschen was snacken und weiter hier noch mal durchschicken also jetzt müssen wir wieder gucken vielleicht geht noch was rein 6 uhr morgens es wird natürlich langsam eng hier fürs welsangeln aber mit glück geht noch was rein so einfach noch mal locker durchziehen hier es wurden schon einige welse gefangen auf diesen köder hier auf den tiny fish 006 also tiny fish ist gerade on fire durchaus eine option und auch trophies wurden halt schon gefangen und auch im hauptstrom 15 meter loch hieß es gestern noch genau vom lucky lachs fettes gezet zur trophy entweder 15 hier oder 15 da muss ich jetzt tatsächlich noch mal nachfragen 15 meter loch auch im hauptstrom die großen welt aber eben auch wie gesagt da oben in der kurve hier allerdings ob das hier so gut ist muss ich noch mal testen also sie sind da ja es ist nicht schlecht selbst hier vorne wir sind es hier gerade auf 35 meter das ist nicht so wirklich weit ich mache mal jetzt ein bisschen langsamer mit ihm hier sie sind da und tatsächlich auch noch hier um kurz vor sieben in den morgenstunden noch mal schön reingeschossen noch mal ein bisschen den anschlag und dann gebe ihm so und jetzt noch mal rein hier locker durchziehen gucken wir mal der wirkt aber ein bisschen bisschen kleiner ich lasse ihm noch mal die möglichkeit wenn er jetzt wirklich ein bisschen zu sehr eskaliert dass er ein bisschen die bremse nehmen kann also nicht so ganz übertreiben das heißt wenn er jetzt wirklich sich noch mal hin und her rückt gerade am anfang dann lasse ich die bremse jetzt einfach nochmal offen dann klackerte halt noch mal eben rein die bremse an sich ist ja jetzt schon ziemlich zu mit der 29 also er geht komplett aufs auf die bremskraft und wenn er gleich so ein bisschen müde geworden ist dann können wir immer noch die bremse dicht machen und einfach durch kurbeln beziehungsweise vielleicht auch einfach ein bisschen zurücklaufen und ihn lang ziehen na komm macht er was ich glaube er versucht halt nach links nach rechts abzuhauen ja da sind wieder die bewegung aber richtig viele möglichkeiten haben soll einfach nicht das teil hält schon gut dagegen ist schon nicht verkehrt klack 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 so gucken wir mal vielleicht ist er direkt genau der gleiche vielleicht hat er schon ein zweites loch zweites piercing so langsam ranziehen hier 25 meter noch das ist doch ganz gut natürlich hier wieder mit der geflochtenen bunten schnur wo man dann schön sehen kann wie viel meter man rausgeworfen hat alle fünf meter zumindest werden dann angezeigt so das sieht doch hier wieder ganz gut aus jawohl und dieses schnelle ein kurbeln da ist es so praktisch also dann mal eben schnell auf der 30er rolle wirklich viele meter machen um hier gut weiter zu kommen so bisschen her ziehen hier aber ich pumpe jetzt auch nicht so hart rein mit der rechten maustaste einfach nicht übertreiben der kommt schon der wird schon kommen soll es haut da so ein bisschen ab vielleicht laufe ich einfach gleich noch mal ein bisschen nach hinten schön stück für stück brems ist noch offen ist also alles recht entspannt ist jetzt nicht so dass ich hier komplett gerade auf das set up gehe aber mit dem langsamen zurücklaufen kontinuierlich natürlich auch die action beim blick behalten kriegen wir ihn einfach ein bisschen leichter gezogen so und jetzt genau schnell einkurbeln na guck das ist doch schon ganz gut ist aber ich schon bei zehn metern ist es ist ja schon ganz nah hier vorne und jetzt einfach noch mal locker ran ziehen da komm nicht schlecht da kommt er auch schon an da ist er schon ja immer wieder cool also ohne scheiß welt angeln auf großem setup immer wieder cool ich muss sagen welt angeln auf kleinem oder mittleren setup eigentlich eher eine qual weil man weil es einfach ein übermächtiger gegner ist und ich muss schon sagen es fühlt sich ja irgendwie besser an wenn man weiß okay das setup ist gewaltig groß und alles was rein geht und dann halt in die bremse geht oder sich halt richtig wehren kann hat auch eine vernünftige größe wenn man mit einem kleinen setup irgendwie einen 30 kilo welt hat dann ist man da halt schon ewig lang mit beschäftigt einfach für den drill dann ist das halt irgendwie nicht so ganz befriedigend aber wenn man weiß okay der hat bock der geht es auch mal richtig rein und ich sag mal so 30 kilo den kriegt man relativ schnell raus dann ist es doch sehr angenehm so kommen wir ran hier kriegen wir den schon schön weit unten lassen im wasser na guck knapp 30 kilo das ging noch ratzfatz damit ja nicht verkehrt also so das setup gerade zusammengebaut natürlich hier die große fette ultima sm 100 h also die heavy die ganz schwere mit 10 von 10 power dass wir eben die kraft richtig schön auch übertragen können oder die das gewicht des fisches geht dann halt auch hart in den blank rein und mit 142 kilo tragfähigkeit ist das natürlich schon mal ein statement hier das ganze gerade mit 136 kilo beangelt 136 kilo tragfähigkeit auf dem monophilen vorfach also auf der nylon schnur hier die haupt schnur hatte ich jetzt einfach mal die 200 genommen passend 400 meter vorne drauf also komplett ausreichend den großen 6 0 haken habe ich verwendet und dann eben hier den tiny fish der geht sogar bis zum 8 0 könnte er hochgehen aber da kollidieren wir glaube ich mit dem wurfgewicht also von daher passt das hier ganz gut in diesem setup wir sind jetzt hier bei 54 gramm und wir könnten sogar noch ein bisschen größer rein oder eben auch andere küder noch nehmen zum beispiel hier die da die sortie fest hier mit 19 gramm siehst du das passt dann eben auch noch also auch das wäre halt durchaus noch mal eine option ich werfe einfach mal direkt raus hier vielleicht geht ja sogar noch was rein und dann geht es weiter hier ansonsten natürlich jetzt gleich den tag irgendwie wieder überbrücken und gucken was man da machen kann am tag damit sich das auch lohnt so sieht es gerade aus 0,1 schon auf dem auf der bremse 0,1 prozent also gerade angekratzt minimaler verschleiß also gerade genutzt ich bin gespannt wie sich das ganze jetzt entwickelt am ende der woche sehen wir dann mehr und dann wissen wir das auch wie es ist vom verschleiß her wie viel tragkraft das getriebe hat werde ich wahrscheinlich bis dahin noch nicht wissen ich denke nicht oder ich hoffe auch nicht dass mir hier irgendwie was durchreißt 136 kilo ich vermute einfach mal dass das getriebe mehr kraft hat das heißt wenn ich zu mache wenn da was dran geht und wenn ich dann fettfinger geht mir eher das vorfach durch als das getriebe einfach reine vermutung erst mal werden wir sehen ich hoffe wie gesagt dass da nicht irgendwie was rein geht was mir das getriebe oder vorfach zerstört ja so sieht es aus die ersten beiden kleinen welse das war vorhin noch hier und das ist doch bisher schon nicht verkehrt die stelle wie gesagt muss man halt so ein bisschen testen es gibt auch eine möglichkeit ob ich da drüben sich an land hinzustellen aber da ist man dann auf jeden fall richtig verratzt da kann man nicht weiter laufen deswegen also am besten entweder hier mit dem boot hinstellen oder dann eben hier vom land aus probieren und versuchen auf kleine strecke ein bisschen zu jicken und hoffen dass man da gut reinkommt ja so viel dazu so viel info dazu so viel info zum spot wenn sie geholfen hat daumen da lassen kanal abonnieren hilft mir und dann sehen wir uns im nächsten video oder im live stream auf twitch und youtube gleichzeitig montags mittwochs und freitags immer ab 19 uhr petri